Hallo? Oh, wow. Hat sie geheiratet. Wenn du darauf bestehst. Oh, Johnny. Lilly. Hi. Meine Ex ist da. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Du wirkst so... 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 Unerwartet. Ich hasse die ganze Bande. Mein Schatz. Du siehst umwerfend aus. Du hast ein bisschen zugenommen. Alejandro. Ihre Adoptiveltern Don und Ellie sind keine Katholiken. Seine leibliche Mutter ist aber katholisch. Wir haben gerade erfahren, dass sie zur Hochzeit kommen wird. Das stimmt. Oh, Gott. Weißt du, was mir dein Sohn eben erzählt hat? Seine leibliche Mutter scheint zu glauben, dass Scheidung eine dicke, fette Sünde ist. Ab in die Hölle. Sie hat ihren einzigen Sohn weggegeben, nur damit ich ein besseres Leben habe. Und jetzt verlässt sie Kolumbien und findet heraus, dass ich ihr die letzten 15 Jahre verschwiegen habe, dass ich bei Haydn aufgewachsen bin. Nichts für ungut. Für ungut. Ist da nichts dabei, tut dann im Wochenende so, als wäre der noch verheiratet. Wenn die beiden noch verheiratet sind, was bitte bin ich? Meine Konkubine? Muss doch ungemein tröstlich sein, zu wissen, dass dich nicht alle hassen. Ja! Wenn denn auch jemand eine verpassen will, nur zu... Ja! 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 Ja!